Ja hallo, da bin ich schon wieder, euer Peter von Peters CD-Bahn. Zunächst, und das wichtigste für mich ist, möchte ich mich erstmal bedanken bei allen, die mir die besten Genesgrüße an meine Frau geschickt haben. Ja, da sind zum Beispiel der Lars, der Dirk, der Michael, haben wir immer vergessen. Ach, den Daniel, den kannte ich noch gar nicht. Das ist das erste Mal, dass er mir was geschrieben hat. Ja, hat er ja geschrieben, logisch ja. Ja, vielen Dank an euch alle. Gut, naja, machen wir heute erstmal wieder weiter mit der Eisenbahn. Was machen wir heute? Ja, die Gärtner haben ja schon ihren Job getan. Sie haben angefangen ihren Job zu tun. Und wie ich ja im letzten Video schon sagte, dass die ja eigentlich keine Firma, keinen Betrieb haben, den ich ja dann jetzt erstmal bauen werde. Und das will ich jetzt so machen. Also jetzt kommt, oder heute entsteht mal die Gärtnerei. Wie ich immer zusammenpflegte, schaut es euch an. Bis nachher. Bis nachher. Bis nachher. Bis nachher. Bis nachher. Musik 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 Music Musik Musik Märkische Heide, Märkischer Land Mit des Märkens Freude sind ein Leibandland Mit des Märkens Freude sind ein Leibandland Sei hoch, roter Adler, hoch, grüner Zung und Saar Vorüber, doch sind die Kanäle, frei hier beim Brandenburger Land Vorüber, doch sind die Kanäle, frei hier beim Brandenburger Land Unsere Heimat, das sind nicht nur die Städte und Wörter Unsere Heimat sind auch all die Bäume im Wald Unsere Heimat ist das Gras auf der Wiese Das kommt auf den Pferd und die Flögel In der Luft und die Tiere der Erde Und die Fischer im Fluss sind die Heimat Und wir lieben die Heimat, die Schöne Und wir schützen sie, weil sie dem Volk berührt Weil sie unserem Volk berührt Und wir lieben die Heimat, die Schöne Und wir lieben die Heimat, die Schöne Und wir lieben die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tschau!